So, wir haben hier Wurststücke, zwei Teile zum Suchen und Chica hat heute ihren siebten Geburtstag, deswegen lasse ich den Kalle mal was suchen und sie kann die Verantwortung tragen und kriegt dann auch ein bisschen Belohnung. Da, Heinzelmann, noch mal Platz. Platz, Kalle. Uh, geht doch. Machen wir mal die zwei Teile hier oben in den Wald und dann sehen wir ja mal. Haben sie beide ihren Spaß. Da liegt der Maiskolben. Ist schon angefressen, sieht man. Ja, quasi war schon da. Ziemlich kalt heute Abend, ich schätze mal so zwei Grad minus. Hat eine große Taschenlampe mit hier. Was heißt Taschenlampe? Das ist so ein Strahler, so ein LED-Strahler. Ja, gut. Geh mal hier, diese Tanne. Die lässt auch schon die Ohren hängen. Da macht nur einen hin. Oder? Wir können noch ein bisschen weiter. Komm, geh mit hier, du Ding. Da, da kommt der hin. Da ist der eine. Also hier ist nicht mehr viel zu sehen. Da scheint der Mond. Morgen ist Blutmond. Mondfinsternis. Na, ich muss mal die Überleuchtung ändern hier. So. Ja. Schneereich. Dann gehen wir mal hier. Völlig andere Ecke. So. Und den lassen wir hier. Hier fallen. Alles gut. So. Und hier wieder ein wenig zurück. Das ist hier stocke finster. Also ich laufe jetzt nur mit dieser Lampe rum. Hier haben wir unseren Schafzaun. Und hier haben wir unseren Schafzaun. So. Gut. Wir gucken mal, was er macht. So. 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 Gucken mal, wo der Kalle ist. gehen wir suchen kalle kalle gehen wir suchen hinterlos das ist mein atem ohne rauchen da ist die wurst was gut wo ist denn chica chica da ist der geburtstagshund heute wieder sieben alle super doch immer alles gut wir müssen das auch aufs bild kriegen weiß mich nicht super und super wurst ne wurst ist super ne juhu klasse heins geh nochmal suchen so das ist heins ins ding das ding nehmen wir schon mal mit gut einmal haben wir wo ist chica da ist sie super ja siehste weil ich kalle der akku wird leer hallo chica super na mäuschen ja super alles gut ne ja alles gut keine maus jo kalt geworden hier morgens hat man so minus vier wenn ich heute nacht noch kälter so heins mach hin ja er hat auch das gebracht aber der akku war zwischenzeitlich leer ja weil der akku gerade leer war von der anderen kamera habe ich hier noch so eine so eine magnetbefestigung für einen rauchmelder hier so ein ding hier dann bringe ich das noch in den wald und lass mich das noch suchen heins bleib da bleib mit dem ding habe ich hier schlechtere sicht das ist eine normale fotokamera quasi ja das ist alles dunkel weil es dunkel ist also daumen runter weil kein licht aber erstmal einen hund haben der das macht wo gehen wir denn hier das war gut hier am baum wo ist der baum da ich schmeiß das ding rein da liegt es scharf stellen da ist heins irgendwo da sitzt er geh mal suchen kalle macht das ding scharf oder nicht da kommt er da kommt er hi heins super mal gucken ob er es richtig gebracht hat da ist es so leckerli super und chica du hast die schwere verantwortung getragen ja super guck mal schmeckt gut ne das schmeckt gut super kleiner tipp mal noch das ist für den Schäfer und äußerst ja ich sag mal erstaunlich die sind normalerweise ziemlich futterneidisch und gönnen dem anderen nicht das schwarze unter der kralle aber mit der kleinen hier kommt er gut klar alles gut Heinzelmann komm 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 alles wird gut